Ein solches Programm, so wie es die Regeln der DFG erfordern, endet nach sechs Jahren. Ich hoffe aber oder ich wünsche mir, dass insbesondere der wissenschaftliche Nachwuchs, der in diesem Programm ausgebildet wird, weiter die Faszination dieses Themas sieht und dieses Thema weiterverfolgt. Das ist der Wunsch, die Vision, die ich für die Forschung habe. Und was die Ergebnisse betrifft, so hoffe ich, dass sie ein wenig dazu beitragen, dass in der Öffentlichkeit auch deutlich wird, wie faszinierend Wissenschaft sein kann und dass bei aller Vorläufigkeit und Widersprüchlichkeit Wissenschaft das ist, das uns am meisten hilft, unsere Welt, in der wir uns befinden, und uns selbst zu verstehen. Das ist der Wunsch, das ist der Wunsch, die wir uns befinden, und uns selbst zu verstehen. Das ist der Wunsch, das ist der Wunsch, die wir uns befinden, und uns selbst zu verstehen.